Die Die Ladies and Gentlemen Herzlich Willkommen Ohpade, jetzt hat es aber geleckt Zu einer neuen Runde Heroes of the Storm Zusammen mit dem Hanger Boy Vom Gamblebox Kanal Oh ja, und dem Mark aka Mr.Fierce2 Von Mr.Fierce2 Kanal Oh ja Wo gehen wir denn hin? So So, diesmal mache ich es aber richtig hier mit dem blöden Gehen Ich mach mal das hier So Ach man, ich wollte ein Pony mitnehmen Ja, ich hätte eigentlich auch mein Pferd wechseln können Aber ich hab das hier Gut Boah, die Stimme von der Fotze nervt mich jetzt schon Hab ich gesagt, also Von der Spinne Ja, soll eine Spinne sein Ah, Hallöchen Ich muss mal kurz schauen, was mach ich denn auf der Kuh Wart mal Äh, Kuh Heilendes Gebräu Halt einen Verbündeten Okay, das kann ich jetzt bei dir machen Hier so Oh Ich fühl mich total geheilt Jetzt nicht mehr Oh oh Das sind Minen Jaja, ich lese Aua, was macht der alter nicht? Heilendes Gebräu So, ruf deinen angesiedeten Verbündeten Halt deine Wolken Schau dabei Die Wolken schau die Kraft Gegner der Nähe an Okay Ja gut, dass wir vor dem Game nie uns die Helden durchlesen Sondern erstmal anfangen zu spielen Pass auf Pass auf Oh 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 Heilen, heilen, heilen Alles klar, danke Ich nehme den Brunnen Das klappt ja gut Halt dich hoch Kann ich mich auch selber heilen? Du musst diese Spindinger einsammeln Ja, ich heil dich Mehr kann ich nicht Was? Wie ist denn der jetzt gestorben? Okay Ist egal Der ist durch die Minions verreckt So wie es aussieht Ich fühle mich gestorben So, das sind Schlangen-Ding über dir Mach damage Okay, Waller gegen Waller Auch nicht schlecht Blup Hey Spinnen sammeln Und dann müssen wir die irgendwie wegbringen gleich Ja, wenn wir hinkommen Wart mal kurz Ne, gestört er blendende Winde auf den Gegner Wart mal kurz Sagst du das den Roten nicht mehr? Achso, jetzt treffen sie dich nicht Okay, cool Blup Wart mal Mana holen Ist schon ein bisschen Mana lastig die Kuh Der Panda Der Panda Die Panda-Kuh Gibt es nicht noch einen anderen Panda? Ah, der hat sich da aufgestellt, der Lappen Pass auf, der schießt auf dich Geh da weg Geh da weg Ja, ja, ja Da hinten steht er nämlich Der da Die sind zu dritt hier Pass auf, der schießt auf dich Aber dafür halten wir die doch ganz gut in den Schach, finde ich Ja, weil ich dich hochheil wie ein Bekloppte Ja, das soll ja auch so sein Ah, Tyrell ist draufgegangen Ich mach, das ist das einzige was ich gerade mache Ist durchgehend Kuh drücken hier Okay, warte, Gegner Mist, wie kann man das melden? Okay So, ähm Automatisch gerade verheilen Nein, nein, du heilst mich ja Aktivieren, um einen Zauberschutz zu platzieren Der Lebensbereich heilt Okay Ich halt dich Greif ihn an Auf ihn drauf Mach ihn Alter, alles klar, läuft Heilung läuft Also ich geb jetzt mal ab, ne Weil wir sind schon 10 Ja Pass auf, da kommt einer Weg, 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 weg Scheiße, ich hab's nicht geschafft Ich halte dich Jeder Angriff heilt dich, wenn du jetzt angreifst Okay Nice, weg Was, was, was? Ja, das sagst du auch ein bisschen spät Ja, schau mal Mann an Hm Okay, ich kann jetzt in 10 Sekunden wieder Wenn du jetzt die Walle angreifst, dann heilst du dich Also, heilst du dich Wenn du dieses komische Blatt über dir hast, siehst du es? Hm, ne Das hab ich gerade über mir Warte, ich hab's auf dich oder auf mich gemacht? Ich hab's einfach auf mich selber gemacht, alles klar Und hoch ein So, warte, ich blend mal die gegnerische Walle Okay, ist geblendet Bleib mal in der Mitte, ich geh ab Ja, ich brauch aber Mann, ich geh kurz zurück zum Brunnen Aber doch nicht, wenn ich hier alleine bin So, okay, ist klar, läuft Ich hab abgegeben Ja Er will auch, er will auch Er will jetzt, komm Die ist geblendet, die ist geblendet, die kann ich keinen Schaden machen Hau rein! Hinterher! Ja, ich hab... Bin ich... Bin nicht zu schnell genug Okay Ich geb jetzt auch ab Ich hab noch 10, äh 12 Dann sind wir bei... 43 Na, läuft doch Nice Darum ist ein... Achso, das ist ein... Ich geb 3 ab Warte, ich halte den mal Ja, die Kombi läuft besser mit dem heilen und so Ja Ja, die... Die spinnen, du sie schon wieder Ja Ihhh Die wollen uns belohnen So, er ist geblendet Halt dich, geh auf die Walle rum Naja, ich häng schon wieder hier fest Naja, ich häng schon wieder hier fest Warte, mit dem heilen geht es viel besser Ne? Achso, da kommt die Spinne runter Ich geh trotzdem ganz kurz... Oh, okay, warte, ne Ne Ne, 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 ne Ich halte ich Wir müssen beide back, wir haben kein Mana mehr Ja, okay, da hab ich jetzt eigentlich noch... Noch nicht so die Zeit dazu drauf zu gucken, aber... Ja, die Spinne pusht jetzt für uns Ja, wir lassen uns mitpushen ein bisschen Was wir rausholen können, können wir rausholen Okay, gut So, jetzt hast du das Blatt über dir, siehst du? Jetzt heilst du dich mit jedem Angriff Ja, alles klar, läuft Bist sowieso voll auf Pass auf, der macht seinen Strahl auf dich Der stackt sich mit der Zeit Siehst du ja Ja Ich kann dich jetzt nicht mehr heilen, ich hab keinen Mana mehr Ja, 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 alles klar Alles klar, erstmal wieder zurück Alles klar, ich geb mal noch ein paar... Ach so, geht gerade gar nicht Ne, lieber nicht Vielleicht geb ich mal ganz zurück Na gut Aber läuft doch ganz gut Wir sind ähm... Ja, wir pushen besser Zwei Level vorne Wann fangen wir an hier... Gibt's hier überhaupt Camps? Ähm... Nein Warte, mit Miss Die Stunde der Spinne endet Die Stunde der Spinne endet, das ist gut, weil ich hab noch ein paar... Okay Legen die den? Ja Scheiße, ich hab mich nicht bewegt Das war natürlich ein bisschen dämlich jetzt Wieso bist du jetzt auf der Botlane? Waren wir nicht auf der Botlane? Ich bin mit dem Ach so, warte, dann komm ich hoch Ich dachte wir wären auf der Botlane gewesen Wo bist du denn? Warte, Krug der tausend Schlücke, er heilt jetzt Verbündete Okay Ist das irgendwie... Ach das ist ne Fläche, okay Kill ihn! Nice Ich mach mal hier den Pot jetzt Huuu Heilung! Ok Alter heilig euch hoch Voll op Alter Alter Ich heilig Ich heile dich. Ich heile dich. So, ich heile mal hier. Ich drücke nur Q durchgehend. Aber alle kann ich auch nicht heilen. Heile dich. Alles klar, läuft, läuft, läuft. Das ist super mit dem Heilen. Ich kann nicht alle zwei Sekunden mit so einem kleinen Schluck heilen. Ich habe in 20 Sekunden wieder Ulti. Kriegen wir den Turm dann noch? Können wir. Jetzt gebe ich mal ab. Ich auch. Aber ich sitze schon mal auf. Ich sitze dann schon mal. Aber ne, ich stelle mich ja dann wieder hin. Wieso kann man das nicht vom Pferd abgeben? Das ist voll unlogisch. Ich spiele voll unlogisch. Ich spiele hier einen Panda. Hier auf sie drauf, sie ist geblendet. Ja, was mache ich denn? Kriegen wir die? Hast du noch Strom? Ne. Okay, komm. Ich hätte Ulti. Ist es geblendet? Ne, ich bin... Treffen dann. Warte, Ulti. Ich bin hab nichts mehr. Ich hab kein Mana mehr. Das müssen... Kriegen wir uns nicht da. Wenn ich meine Ulti anmache, dann kriegen wir uns nicht da. Was hast du denn? Achso, du hast diese... Diese komische Flasche. So, hochheilen. Ich gebe dir jetzt das Ding. So. Geh auf den Sergeant Hammer. Nice. Weil oben kommt die nächste, die sterben will. Nein! Fuck, wieso kommen wir nicht hinterher? Aufsitzen wäre man nicht schlecht. Was? Einmal. Ja. Ja, okay, okay. Okay. Ich geb ab, weil dann kommen nämlich die Spinnen. Wie viel hab ich noch? Ich hab eins zum abgeben. Ja, cool. Ja, einer würde uns jetzt nicht viel helfen. Achso, man behält die auch. Hier unten ist ein... Ich werd hier verfolgt. Wo bist du denn unten? Ja, da unten ist zwar hier drin. Hier im Busch. Okay. So, Ulti in... Einer Sekunde. Alter. Ich glaub, he... Ich bin heiler Main. Dann heil mich mal. Ja, mach ich. Ulti ist an. Voll unnötig. Na, warte mit. Jetzt hab ich mich schon wieder verkleckt. Alter. Wir können einfach diven, wenn ich mein Ulti anmache. Von oben kommt einer. Eine. Die Waller. Ich hab jetzt schon so viel gehalten, wie die Lilly im letzten Game. Na gut, wir moschen aber auch hier grad alles nieder, also... Ja, warum wohl? Ja. Läuft jetzt auch nicht allzu schlecht, kann man sagen, ne? Ja. Was will denn der hier? Äh. Da ist einer. Ja. Willnt ihr den? Ich dachte schon, der rennt einfach durch uns durch. Blenden... Blenden der Wind verlangsamt Ziele. Was ist ein blenden der Wind? Achso, das... Gut zu Fuß. Bin ich dann schneller. Ah, okay. Nicht Heimer. Ich weiß gar nicht, wo... Ist eigentlich unsere Spinne rum, ne? Die ist grad gestorben. Warte, ich blend. Der kann dich treffen. Und halt dich. Also ich kann auch... Habe ich jetzt hier mal nen Kill gemacht? Wahrscheinlich nicht, oder? Drück halt Tap, dann siehst du's. Ich hab... Wieso hab ich elf Kills? Ich hab elf Kills? Wow. Ja, ich hab dir geholfen. Weg, 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 weg. Oder? Warte. Ich blend ihn. Der kann nicht treffen. Ist dein Autotext hinten nicht. Ich heil. Ja, nice. Wieso kämpft der gegen drei und den Heiler? Also, gegen zwei und den Heiler. Pass auf, der schießt auf dich. Ja, ja. Soll er mal machen. Ja. Ich heil mal. Ja, heil ich mal. Ich hab kein Mana mehr, ich hab kein Mana mehr. Ich hab auch keins mehr. Ich bin Um. Um heißt kein Mana mehr. So. Also ich hab dir wahrscheinlich bei deinen 13... Wir haben beide 13 Kills. Ich werd dir wahrscheinlich da bei den 13 Kills geholfen haben. Schätz ich jetzt. Hoffe ich doch. So, wo... Mitte. Pushed. Naja, ich bin schon Mitte. Ich komm von der anderen Seite. Die haben auch Spinnen. Ach, die haben eine Spinne auch abgegeben. Ja. 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 Warte ich halt dich. Bloop. Die bekommen beide jetzt Heilungen ab. Ja, ist doch super. Ja. Okay, sagst du mal Top pushen oder Bot weiter? Auch wenn wir schon mal hier sind. Wollen wir Lager machen? Jo, das ist ein Lager. Lass uns ja genau. Lass uns mal erst mal das Lager machen. Hau rein. Hau rein. Lass uns Lebensraub. Du brauchst Mana. Warum hast du nur kein Leben verloren? Ja, ich weiß auch nicht genau. Die pushen top. Ja. Ich hätte hier oben Hilfe gebrauchen, wenn ich da alleine jetzt hin renne. Euer Gegner hat ein Furt verstört. Hm. Okay, ich geb mal eben ab. Wir haben 38, wir brauchen 60. Oh, diesmal läuft es ja richtig gut. Okay, ich komm mal zu dem. Komm, 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 greif an. Oh. Okay. Gut, die ist raus. Ich bin nicht bei dir, aber du kannst trotzdem weiter reden. Kein Problem. Wahrscheinlich eben schon aufgegeben, wir sitzen irgendwo rum und heulen. Wuuuh. Ey, Alter. Wenn ich nicht da wäre, wären die schon dreimal gestorben. Wir brauchen hier oben Hilfe. Ja, ich komme zurück. Autsch. Der ist ja Hammer nervt hier. Nice. Mach ihn. Leg ihn. Lapp ihn. So, der nächste, der drauf gehen will, was macht denn der da? Was macht die, die bleibt einfach stehen? Okay. Ah, die haben keinen Bock mehr. Wir müssen nur 10 abgeben. Ja, ich hab, ich hab 12. Ja, dann. Warte, da oben ist ne Waller. Da oben ist ne Waller. Da oben ist ne Waller. Sehr schön. Ich hab in 3 Sekunden wieder Ulti. Haben die grad abgegeben? Ja, jetzt kommen die Gegner. Ah, das ist echt doof. Oder? Ne, wir, unsere kommen. Unsere kommen. Ah, das ist klar. Irgendjemand hat abgegeben. Na, wir müssen hier Mitte mal pushen. Gut oben kommt Spinne. Oh, dieser scheiß Turm schon wieder. Übel dich. So. Heilung. Ich hätte Ulti, also wir können voll diven. Voll rein. Gloscher. Ja, ich glaube es ist hier ein bisschen. Unnötig. Ich heil dich. Warte, wenn du zu wenig Leben hast, dann mach ich Ult. Warte, ich mach Ulti. Jetzt kannst du voll rein gehen. Wie du nicht down gehst. So geil. Ja, so mag ich das Spiel viel besser. Das ist irgendwie... Oh, scheiße. Ja, da hattest du grad Tower-Agro. Oh, verdammt. Ich wollte ohne Kills sterben, äh... Ohne Tode. Ohne Tode. Jetzt bin ich einmal gestorben. Du bist noch gar nicht gestorben. Wir haben beide 22 Kills. Wir sind ein gutes Team, so. Ja, ist auch... Man hat auch immer einen Supporter, deswegen an seiner Seite. Ja. In deiner Rolle hast du... 54.000 schon. Ja, easy. Ja. Nur dummerweise hab ich mich einmal verklickt. In dem Item-Build. Naja. Hup. Was? 23%? Oh. Danke fürs Wegschieben. Setz dich mal auf. Wollen wir... Wollen wir ein Lager machen? Ja, ich würde vielleicht hier jetzt hingehen. Was? Krug der 1.000 Schlücke wirft jetzt 2 Krüge? Hä? Alter. Du hast ja grad gesehen, dass ich dich mit einem schon krass Sack gehalten habe. Aber jetzt werfe ich 2. What? Ja, okay. Oder wenn wir runter gehen unten? Ja, wollen wir mal. Unter dir? Ja. Kann man machen. Ja. Moment, ich bin unterwegs. Kann man auch dancen? Ja, das geht sogar. Das wird großartig. Sonst sind wir morgen nicht da. So, ich hab alles. Ult, E, W, R. Ja, meine Ulti ist erst in 35 Sekunden wieder da. Ja, das sind noch ein paar von den Spinnendingern. Du könntest abgeben. 25, hab ich. Von hinten kommt Tyrus. Zurück, 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 zurück. Folg mir. Oh, du wirst es beenden. Na ja, wir wollen jetzt Schluss machen. Ja, okay. Okay, beenden wir hier. Ulti zünden, AMK. Geh mal auf die Waller, lieber. Okay. GG. Erstmal dancen. Dancen, dancen, dancen. Okay. Ich kann auch tanzen. Jetzt geht's nicht mehr. Ich schmeiß nur meine Dinger da hoch. Ich glaub, die Heilerin kaufe ich mir als nächstes. Ja, ich glaub, das hat Spaß gemacht. Das war gut. Mal gucken, wie viel man für einen Sieg kriegt. 10 Gold. 30. 30, wow. Und ich hab 600 für Daily Quests bekommen. Keine Ahnung, wahrscheinlich zwei Daily Quests gemacht. Okay, ich bin fast Level 8. Ne. Nur einer Daily Quests. Alter! Vergleich mal die, die Lili-Punkte mit der vorherigen. Äh, 60.000 hast du in deiner Rolle. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich... Support Main. Okay, was haben wir hier? Ähm, Meister Gegnerschaden war... Als der Heldenschaden Teich ist, danach du. Ja, aber auf die 1000 kommt's auch nicht mehr an. Der Beste war Asmodan. What the fuck. Okay. Und... Du hast den besten Gebäudeschaden gemacht. Ja. Ja. Alles klar. Läuft, würd ich sagen. Das geht nochmal. Das war wieder eine Runde Heroes of the Storm. Mit dem Marc. Bis dann. Äh, genau. Bis dann. Ciao. Joikiy. Bye.